Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Alles klar, Ladies and Gentlemen. Und bevor wir anfangen, wollte ich nochmal sagen, was zur Hölle ist passiert, dass ich über 1000 Abonnenten bekommen habe. Oh mein Gott. Vielen, vielen, vielen Dank. Also ich werde den Mirko pranken bei Whatsapp mit einem Songtext von Yvonne Katterfeld. Und mal gucken, ob der das checkt oder ob er mich umbringt danach. Denk mal selber über deine Frage. Er kennt einfach jedes Lied. Ich hoffe, dass er das von Yvonne Katterfeld nicht kennt. Ich bin mal gespannt. Er schreibt das Arbeiten. Der schreibt mir heute schon die ganze Zeit. Und ich konnte einfach nicht zurückrufen. Also das Lied heißt Lieber So. Okay, dann fangen wir mal an. Du weißt, wir haben es versucht. Es versucht. Und ich touch nicht. Okay. Oh nein, der ist online. Doch wahrscheinlich nicht genug. Oh mein Gott. Irgendwie sind du und ich. Irgendwie sind du und ich. So. Mein Herz klopft so krass. So was wie Verflucht. Irgendwie sind wir nicht gleich. Gleich. Sieh uns doch nur an. Ja schreib doch was. Nicht mal hell. Ja. Ähm, was erzählst du? Scheiße. Du verdienst eine bessere Frau. Oh Mann, komm schon. Oh Mann, du bist jetzt Stress. Oh Mann, das schreibt. Mein Herz, mein Herz bocht so krass. Was erzählst du? Scheiße. Und ich, oh mein Gott. Kannst du mir das? Und ich eine bessere Mache. Wie oft. Wie, oh mein Gott. Wie oft hab ich daran gedacht. Wie oft hab ich daran gedacht. Es nie gemacht. Wie oft hab ich daran gedacht. Komm, schreib, schreib, schreib. Hey, Junge, du schreibst doch mal was. Scheiße. I love you. Ich hab es irgendwie vorher nie geschafft. Ich hab es irgendwie vorher nie geschafft. Oh, ihr Schaft. Das ist schon. Oh, Junge, ich schreibst gerade. Vielleicht fehlt mir der Mut. Ja, aber schreib doch mal. Hier dran. Vielleicht fehlt dir der Mut. Nein. 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 Oh, er ruft an. Er ruft an. Hab ich mich erschreckt gerade. So. Soll ich weitermachen? Okay, vielleicht fehlt mir auch die Kraft. Vielleicht. Vielleicht fehlt dir auch die Kraft. Krass. Kannst du mal erzählen, Dicke? Oh, meine Arme. Was ist denn passiert? Was soll denn passiert sein? Gar nicht. Was ist denn passiert? Der ruft schon wieder an. Nein. Nein. Ich schreibe, ich... Kennst du? Ist du? Ivan... Kattafeld? Ey, warum ist er denn so locker? Das geht doch gar nicht klar. Erstmal voll am Schreiben. Die Liebe ist vorbei. Und dann kennst du Ivan Kattafeld. Oh mein Gott. Oh, Schwachnachricht. Ei, 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 ei. Du kleines, kleines Arschloch, du. Ehrlich, ich bin ja fast vom Stuhl geflogen, Mann. Bleib mal locker. Bleib mal locker. Du kommst runter in deinem Leben. Mach mal... Tja, geprankt, Merkle. Ja, okay, tschö, ne? Tschö. Tschö. Das war's von meinem Video. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte eine Verlosung machen bei 500 Abonnenten. Jetzt sind wir über 1000 Abonnenten. Also gibt's eine doppelte Verlosung demnächst. Und macht mein Gewinnspiel mit. Vielen Dank für eure netten Worte. Vielen Dank, dass ihr mich alle so fleißig abonniert habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen, sonnigen, kalten Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Adios. Wann geht's weiter in Sendung? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Yas kommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Wann geht's? gather's seva